Hallo liebe Plätzchenpiraten! In diesem Video möchte ich euch die Festplatten Partitionierung genauer erklären. Und zwar machen wir das hier wie üblich mit meiner eigenen Linux-Distribution Tuxviz. Die findet ihr auf spacefund.ch und zwar heute in der Christmas Edition. Die schenke ich euch dieses Jahr zu Weihnachten. Und wie ihr die bekommen könnt, das erfahrt ihr ganz am Ende von diesem Video. Doch nun zum eigentlichen Thema der Partitionierung deiner Festplatte bei der Installation. Ich wähle hier unten diesen Punkt Install Debian und dann öffnet sich auch sofort schon das Installationsprogramm Calamares. Das habt ihr vielleicht schon mal von der ein oder anderen Linux-Distribution gesehen, denn es ist ein übliches Programm zur Installation eines Linux-Live-Systems. Ich wähle hier im ersten Punkt als allererstes mal die Sprache, dann natürlich meine Region. Das ist jetzt hier bei mir Europa und Zürich. Und im nächsten Schritt kann ich das Keyboard-Layout auswählen. Ich habe jetzt hier ein deutsches Keyboard. Ich könnte das hier unten noch kurz testen. Das sieht gut aus und ich klicke weiter. Und dann bin ich auch schon im Bereich der Partitionierung. Und darum geht es heute hier in diesem Video. Als allererstes fällt mir auf, dass hier oben EFI steht. EFI sind moderne BIOS. Wenn du einen aktuellen Computer hast, dann kann der wahrscheinlich EFI oder UEFI und dann wird das hier entsprechend automatisch erkannt. Wenn du jetzt eine VirtualBox verwendest und dort nichts explizit einstellt, dann wird noch das alte Format, das alte BIOS-Format, verwendet, also Legacy BIOS und dann wird das hier nicht angezeigt. Wir haben jetzt hier aber ein EFI-System. Ich könnte jetzt hier im einfachsten Fall einfach sagen, Festplatte löschen und den Punkt kennt ihr wahrscheinlich schon, denn das habt ihr wahrscheinlich schon mal gemacht. Und dann wird hier automatisch ein Partitions-Layout für mich vorgeschlagen. Hier unten kannst du noch drüber scrollen. Dann siehst du hier, dabei handelt es sich hier um eine kleine Partition, EFI-Partition am Anfang, Debian und Swap. Hier könntest du noch sagen, verschlüssel das System und dann wirst du bereits beim Systemstart, also beim Boot-Vorgang nach einem Passwort gefragt. Ich möchte jetzt aber heute hier manuell partitionieren und deswegen wähle ich hier diesen Punkt manuelle Partitionierung. Dann klicke ich auf weiter und dann öffnet sich schon das Partitionierungsprogramm und das seht ihr hier. Und du siehst hier ist noch gar nichts zugewiesen. Ich muss also als allererstes mal eine Partitionstabelle erstellen und da gibt es zwei zur Auswahl. Bei einem UEFI- oder EFI-System bist du gezwungen, eine GUID- oder GPT-Partitionstabelle zu nutzen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Auf Eltern-Systemen oder bei VirtualBox in der Standardvariante, da kommt immer noch MBR oder auch MS-DOS zum Einsatz. Das hat einige Nachteile. Es erlaubt zum Beispiel keine Festplatten über zwei Terabyte, das ist damit nicht möglich. Ich wähle also hier jetzt bei mir in diesem Fall GOID-Partitionstabelle. Dann sehe ich hier den Punkt freien Platz, den kann ich anklicken und dort in dem freien Platz jetzt eine neue Partition erstellen. Und zwar gebe ich als erstes mal wieder diese EFI-Partition an, denn die wird auf einem UEFI- oder EFI-System zwingend benötigt. Denn dort liegt der Körner drin und dein EFI-BIOS startet dann den Kernel von dieser EFI-Partition. Und diese EFI-Partition muss einen bestimmten Typ haben, nämlich hier den Typ FAT32. FAT32 ist ein uraltes Partitions- und Dateisystem-Layout, was du vielleicht vom Frühjahr von USB-Sticks noch kennst. Unter Windows wurde das lange Zeit standardmäßig verwendet und das kommt hier bei diesen EFI-Partitionen heute auch noch zum Einsatz. Das bietet keinerlei Sicherheit und sehr wenig Funktion, ist aber auch nicht wirklich fehleranfällig. Als Einhängepunkt könnte ich jetzt hier noch Boot EFI angeben und sage jetzt hier OK. Wenn du magst, kannst du hier noch den Haken bei Boot setzen. Zum Beispiel bei älteren Biosystemen, die jetzt MBR verwenden, sollte man die Hauptpartition mit diesem Boot-Flag, nennt sich das, auch Kennzeichen. Heute ist es eigentlich nicht mehr notwendig, du kannst es aber trotzdem machen. Hier könntest du noch einen sprechenden Namen für diese Partition vergeben, zum Beispiel EFI. Ich lasse das in dem Fall jetzt hier aber sein. Dann kann ich jetzt hier mit der eigentlichen Partitionierung beginnen und wie du eben gesehen hast, hat das System einfach eine große Root-Partition gemacht. Und das möchte ich jetzt in dem Fall wirklich nicht, denn ich möchte gerne mein Slash-Home, also mein Home-Laufwerk, auf einer eigenen Partition haben. Das hat den großen Vorteil, dass ich mein System bei Bedarf nachher neu installieren kann und diese Home-Partition einfach beibehalten kann. Die formatiere ich dann nicht neu, sondern binde sie nur wieder ein und habe alle meine Daten noch drauf. Natürlich solltest du trotzdem immer eine Sicherung machen, bevor du dein System neu installierst und dazu habe ich auch zwei tolle Videos gemacht zum Thema Datensicherung. Schau dir die unbedingt auch an. Ich sage jetzt hier also erstellen und erstelle jetzt als erstes mal diese Root-Partition. Da sage ich jetzt mal 15 Gig und das solltest du auch mindestens machen. Darunter lässt sich das System gar nicht installieren, dann wirft es einen Fehler während der Installation. Als Dateisystem bietet sich jetzt Ext 4 an. Ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht und nutze dasselbe auch sehr, sehr gerne. Hier kann ich jetzt einen Einhängepunkt definieren und da sage ich jetzt einfach mal Slash und jetzt sage ich hier OK. Und jetzt habe ich hier immer noch ordentlich Speicherplatz frei, nämlich hier in dem Fall 25,05 Gigabyte und da möchte ich jetzt auch meine Home-Partition erstellen. Und zwar möchte ich die jetzt nicht in den ganzen 25 Gigabyte erstellen, sondern ich sage mal 23 Gigabyte, weil am Ende möchte ich noch eine Swap-Partition, also einen Auslagerungsspeicher anlegen. Als Dateisystem sage ich wieder Ext 4 und definiere hier den Einhängepunkt Home für meine Home-Partition. Das ist also hiermit schon erledigt. Jetzt sehe ich hier, ich habe am Anfang eine EFI-Partition, meine Root-Partition, dann habe ich hier meine Home-Partition, denn da liegen meine Daten. Die soll wirklich sehr, sehr groß sein. Und dann habe ich hier noch freien Speicherplatz und da erstelle ich jetzt diese Swap-Partition. Swap wird hier extra angegeben, Linux Swap und dann könnte ich hier unten auch noch Swap als Markierung auswählen, aber auch das ist nicht notwendig. Hier oben Swap auszuwählen, reicht vollkommen aus. Und damit ist diese Partitionierung hier in dem Fall auch schon abgeschlossen und ich könnte jetzt mit der Installation fortfahren. Ich gebe jetzt hier mal meinen Benutzernamen ein, Tux, meinen Computernamen und könnte jetzt hier ein Passwort vergeben. Jetzt könnte ich hier unten noch die automatische Anmeldung aktivieren und dann bereits die Installation starten. Hier wird jetzt das Partitionslayout im Hintergrund schon für dich angelegt und wenn du jetzt nachher dein System zum Beispiel neu installieren möchtest, dann könntest du jetzt einfach deine EFI-Partition neu formatieren, deine Root-Partition neu und bei deiner Home-Partition, die ja schon existiert, sagst du einfach nicht formatieren, sondern beibehalten. Und dann formatierst du nur noch das Swap nochmal neu und dann bindet dein System automatisch dein Home wieder ein. Wichtig dabei ist einfach, dass dein Benutzername identisch ist mit dem Benutzer, den du ursprünglich angelegt hast. Also wenn dein Benutzer jetzt zum Beispiel Tux heißt, dann sollte der bei dem neu installierten System auch wieder Tux heißen, dann kann dein System das direkt wieder zuordnen und du kannst sofort auf deine Daten zugreifen. Das ist eine super Möglichkeit, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie nicht weiterkommst oder dein System nicht mehr so super funktioniert und du musst neu installieren, dann kannst du das auf diese Art und Weise machen und trotzdem deine Home-Partition behalten und damit all deine benutzerspezifischen Daten. Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren. Wenn du möchtest, dann komm bei uns in die Community, die findest du hier bei uns auf der Webseite. Die heißt spacefun.ch und dort klickst du dann einfach auf den Punkt hier Community drauf und dann kannst du entweder diesen QR-Code scannen oder einfach hier auf Telegram oder sogar xmpp klicken. Dort in der Community findest du auch einen Download-Link zur Christmas Edition von Tuxwiz und die biete ich dir kostenfrei zum Download an bis zum Weihnachtsfest. Und dort in dieser Christmas Edition findest du ganz, ganz viele tolle klassische Spiele. Einmal natürlich die ganz tollen, bekannten Open-Source-Spiele. Da siehst du hier zum Beispiel X-Moto, Tuxpuck, aber viele, viele andere auch. Open Arena, aber auch Shareware-Spiele wie Rick Dangerous, Klassiker wie jetzt zum Beispiel Jesse Jackrabbit in der Christmas Edition oder auch Doom, Quake und Decent. Also da hast du wirklich ganz, ganz viele Spiele zum Ausprobieren. Da ist bestimmt für dich auch was Lustiges und Spannendes dabei. Probier es aus und du hast sicherlich einige schöne Stunden über Weihnachten, wo du unter Linux auch wirklich mal zocken kannst. Ich wünsche dir viel Spaß. Melde dich bei uns in der Community und schreib mir auch in den Kommentaren, falls du Fragen hast. Ich bin immer für dich da. Bis bald und tschüss. Alles. Bel Liberty Du bist sehr sensation gip Wack